In dieser heutigen Episode werden wir sehr, sehr wichtige Themen behandeln, unter anderem auch die Krypto-News zur Massenadoption auch und meine getätigten Investitionen in Staking und Masternodes. Ich werde dir schwarz auf weiß zeigen, ob es Sinn gemacht hat, in diesen Kryptos zu investieren. Was den Kryptomarkt angeht, gibt es extrem gute News, die werden wir uns gleich in den nächsten Minuten anschauen. Außerdem gibt es heute auch eine Kryptoverlosung und wenn du bis zum Schluss dran bleibst, dann revieue ich auch den CoinPivix, deswegen bleib dran. Lass uns gemeinsam die neuesten Infos ansehen. Hier gibt es eine kurze News zu Paypal und Paypal nimmt die Kryptoszene sehr, sehr ernst und versucht, so schnell es nur geht, weltweit zu expandieren. Auch ihre Krypto-Einkaufslimits wurden von 20.000 wöchentlich auf 100.000 US-Dollar wöchentlich angehoben. Die Gründe von Paypal wissen ganz genau, dass es sehr bald sehr viel Kapital in den Kryptomarkt fließen wird. Es gibt auch eine sehr interessante Studie und ich finde sie sehr, sehr interessant. Es ist eine Studie von Krypto.com und wenn wir uns das Chartbild hier ansehen, noch im Januar 2021 hatten wir weltweit ca. 106 Millionen Kryptonutzer. Ein halbes Jahr später hat sich die Nutzerzahl mehr als verdoppelt und auch der Bitcoin-Preis konnte sich in der Zeit verdoppeln. Analysten gehen auch davon aus, dass die Kryptonutzeranzahl weiterhin wachsen wird. Und je mehr Menschen Kryptos nutzen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Bitcoin mittel- bis langfristig wächst. Auch die Verknappung von Bitcoin wird immer stärker. In den letzten Tagen wurden aus den Exchanges über 700.000 Bitcoins genommen und auch auf einer Code-Rolle transferiert. Jedes Mal, wenn so etwas passiert, ist der Preis von Bitcoin exponentiell gewachsen. Wir sehen es zum Beispiel hier am 30. Dezember 2020, am 1. November 2020, dann haben wir beispielsweise 8. April 2021 und so weiter und so fort. Dies ist zwar keine Garantie, aber wenn solche große Bewegungen stattfinden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Bitcoin demnächst von Institutionen gepumpt wird. Meine Strategie ist also, ich sammle weiter fleißig meine Bitcoins an und investiere in Projekte, bei denen ich meine Bitcoins vermehren kann. Und jetzt spreche ich mal über meine Investitionen und ich zeige dir, ob es Sinn gemacht hat, in diesen Altcoins zu investieren. Nun, die meisten Altcoins oder so gesehen alle Altcoins sind am Bitcoin gekoppelt. Und viele konnten sich Satoshi-technisch noch nicht erholen. Als kurzes Beispiel nehme ich jetzt mal den Coin Firo, der schon seit dem Jahr 2016 existiert. Ist rein technisch gesehen eine Top-Privacy-Coin, doch die Satoshi-Entwicklung war hingegen sehr, sehr miserabel. Altcoins bzw. Masternodes können langfristig profitabel sein, jedoch muss eine Sache unbedingt beachtet werden. Und zwar der Einkaufswert. Wenn du Firo beispielsweise im Januar 2021 eingekauft hättest, so wärst du jetzt wahrscheinlich im Plus. Hättest du aber Firo im Jahr 2018 oder im Jahr 2019 eingekauft, so wäre das ein sehr, sehr schlechtes Invest gewesen. Und was ich dir an dieser Stelle sagen möchte, dass das Entscheidende das Timing ist. Ohne Timing kann man im Kryptomarkt sehr, sehr viel Geld verlieren. Firo befindet sich derzeit im absoluten Tiefpunkt und kann also für Langzeitinvestoren interessant sein. Hier mal ein kurzes Invest-Beispiel von mir. Ich habe Syscoin schon seit einer längeren Zeit auf meiner Watchlist und vor kurzem entschied ich mich, in das Projekt zu investieren. Das Chart-Bild von Syscoin schaut definitiv gesünder aus als das Chart-Bild von Firo. Der Satoshi-Preis von Syscoin ist in den letzten zwölf Monaten zweimal ausgebrochen, so wie du das hier sehen kannst. Nach dem riesen Hype im Mai 2021, wie du das hier sehen kannst, kaufte ich mir Syscoins auf der Exchange für jeweils 313 Satoshi ein. Wie du sehen kannst, war Syscoin absolut im Tief und genau in dem Zeitpunkt kaufte ich die Coins ein. Der Preis liegt Stand heute bei ca. 370 Satoshi. Dies entspricht ca. eine 15%ige Steigerung plus passives Einkommen der gestarteten Masternode. Syscoin wird in den nächsten Tagen das powervolle NEVM-Testnetz starten. Ich gehe davon aus, dass Syscoin bis Jahresende definitiv neue Höhen sehen wird. Ein Syscoin-Review werde ich in den nächsten Tagen rausbringen. Deshalb abonnier meinen Kanal und aktivier die Glocke. Meine nächste Investition war in das Projekt Senso. Das Ziel der Senso-Entwickler ist es, ein Gaming-Ekosystem aufzubauen. Ihr Ekosystem beinhaltet das Senso Gaming Marktplatz, Senso Forge mit den NFTs sowie auch ihr eigenentwickeltes Spiel namens Cota. Die Gaming-Nische ist eine sehr hart umkämpfende Nische, jedoch denke ich, dass die Gaming-Industrie langfristig jede Menge Potenzial haben könnte. Schwachstellen bei Senso ist die kleine Community, wenig bis gar kein Marketing und das Trading-Volumen lässt auch zu wünschen übrig. Wie gut Senso performt hat, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Das ist hier mein Excel-Cheat-Sheet von meiner Senso-Investition. Ich habe jetzt insgesamt 1.557 US-Dollar investiert. Ich habe es auch selbstverständlich in Bitcoin, also insgesamt 0,04436 Bitcoins investiert. Der aktuelle Wert der zwei Masternodes liegen bei 0,0348 Bitcoins. Ich wäre also definitiv im Minus. Bisher habe ich mir 0,001 Bitcoins auszahlen können. Wie gesagt, ich habe 1.557 US-Dollar investiert. Klar ist die ROI jetzt ein bisschen höher bei Senso, aber trotz alldem muss man schon seine Risiken gut einkalkulieren. Wenn wir uns das Ganze ansehen, Senso hat wirklich sehr, sehr wenig Trading-Volumen. Wenn man dann halt irgendwann mal 500 oder 1.000 oder sogar 10.000 Senso verkaufen möchte, ist das sehr, sehr schwer. Die bekommt man nicht wirklich schnell weg. Deswegen hat Senso natürlich ein größeres Risiko, also Invest-Risiko. Ich werde dennoch Senso langfristig halten. Ich werde mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Natürlich braucht es sehr, sehr lange Zeit, bis ich dann mein investiertes Geld wieder zurückbekomme. Aber dennoch denke ich, dass Senso sich vielleicht mit der Zeit auch entwickeln kann. Wie gesagt, ich halte dich auf dem Laufenden. Ich werde mit dem Team Kontakt aufnehmen, vielleicht ein Interview vereinbaren. Ansonsten würde ich vorschlagen, wir machen weiter mit dem nächsten Coin. Und weiter geht es mit dem Coin Divi. Ich hatte vor ein paar Tagen einen Coin mit dem Team und ich habe ein paar Updates bezüglich der Smartphone-App für euch. Der Nick hat das Posten der CEO übernommen und der Jeff ist offiziell ins Board gewechselt. Dieser Schritt wurde gewählt, da Jeff sich in der Zukunft weiterhin um Kooperationen mit Institutionen und Staaten kümmern und viel reisen wird. Jeff hat zudem nächste Woche ein Meeting mit dem Präsidenten von El Salvador. Dies wird im August bei Divi passieren. Erst einmal die Smartphone-App wird in Europa und in England ausgerollt. Staking Vault wird verfügbar sein, so können wir unsere Divis direkt in der Wallet staken. Ein Performance-Dashboard und Referral-Programm wird im August, spätestens Anfang September integriert. Bis Ende des Jahres werden Swaps sowie das On- und Off-Ramp zum Angebot der Wallet hinzugefügt. Außerdem arbeitet Divi aktuell verstärkt daran, einen Nutzen von NFTs für ihre Community anzubieten. Divi befindet sich derzeit in einer Konsolidierungsphase. Ich persönlich werde sobald der Preis 80 Satoshi erreicht, Longin und mein Divi-Portfolio ausbauen. Derzeit halte ich knapp über 5 Millionen Divis und Ziel ist es bis Jahresende 10 Millionen Divis zu besitzen. Und es gibt dir an bei einer Aktion, wenn du die Divis auf der Exchange einkaufst und du hostest sie auf www.crypto7.com, dann erhältst du auch noch 2,5% Bonus in Divi gratis obendrauf. Die Screenshots sendest du an info.emmanuele-mechner.de So, vielleicht haben viele Menschen lange darauf gewartet und jetzt ist an der Zeit gekommen, das Projekt PIVX zu reviewen. Die Frage ist, kann sich PIVX langfristig zu einem Giganten entwickeln? Das werden wir jetzt sofort herausfinden. PIVX entstand im Jahr 2016 und deren Fokus ist es, Menschen Freiheit und Privacy durch ihre Blockchain zu gewährleisten. In den letzten drei Jahren haben sie sich auch verstärkt auf Händler, sprich Point-of-Sale-Zahlungen fokussiert. Mit PIVX ist es also machbar, private und instante Transaktionen zu versenden. Dies alles funktioniert mit der Funktion Shield Transactions bzw. Zero-Knowledge-Proofs. Mit der Zero-Knowledge-Proof-Technologie werden keinerlei Details übermittelt, kannst also ganz entspannt anonyme Zahlungen übers Internet tätigen. Laut dem White Paper von PIVX werden im Jahr 2040 ca. 125 Millionen PIVX geben. PIVX selbst hat keine maximale Coinanzahl, was viele Menschen zum Nachdenken bringt. Für Bezahlcoins ist es meiner Meinung nach besser, keine maximale Supply zu haben, denn je höher die Supply, desto liquider ist der Coin. Man muss auch bedenken, dass PIVX in den nächsten Jahren ca. 2-3% Inflation pro Jahr haben wird. Der Bitcoin liegt derzeit bei rund 1,8%. Die Roadmap von PIVX schaut vielversprechend aus. Aktuell wird am Shield Staking gearbeitet, ist also so eine Art anonyme Staking, dann die deterministischen Masternodes und pünktliche Masternode-Zahlungen zu erhalten, dann das In-Wallet-Proposal, heißt, dass man sehr bald in der Wallet Proposals kreieren kann. Die PIVX-Entwickler sind konstant am entwickeln und suchen stetig nach neuen potenziellen Partnerschaften. PIVX selbst hat auch Ambassadors, die immer ein positives Wort für PIVX verbreiten. Ende des Jahres wollen sie ca. 50 Ambassadors haben. Außerdem ist PIVX derzeit in Verhandlungen mit weiteren Top-10-Exchanges und dies ist definitiv ein guter Schachzug, um mehr Liquidität und Reichweite zu haben. Die Technologie von PIVX ist definitiv erste Sahne. Sie unterstützen das Cold Staking, heißt, man kann PIVX auch direkt mit der Pearl Hardware Wallet offline staken. PIVX selbst besitzt auch eine Governance und das heißt, dass Masternode-Halter die Zukunft bzw. die Richtung von PIVX bestimmen und nicht die Gründer selbst. Wie ich schon vorher erwähnte, fokussiert sich PIVX auf Akzeptanz, globale Zahlungen und Händleranbindungen. Es gibt schon etliche Händler, die PIVX akzeptieren und die Akzeptanz wächst. Aktuell ist es möglich, PIVX via Android Wallet zu akzeptieren. Weitere Systeme werden höchstwahrscheinlich in naher Zukunft folgen. Insgesamt macht mir PIVX einen ordentlichen Eindruck, sind gut strukturiert, haben aktive Entwickler und eine glasklare Vision. Es gibt auch schon Pro-Sport-Athleten, die das Projekt hartkräftig unterstützen. Jedoch muss ich erwähnen, dass PIVX nicht wirklich gut performt hat in den letzten Jahren, ist aber seit Januar 2021 wieder im Aufwärtstrend. Einige Indikatoren sagen, dass PIVX sehr bald eine positive Bewegung machen wird. Das alles findest du auf tradingview.com. Investor-Technisch gesehen sind wir absolut im Tief und für Langzeit-Investoren definitiv ein Coin, auf das man sich verlassen kann. Ich selbst halte noch keine PIVX-Note, bin dir aber ehrlich. Ich persönlich würde es wagen, eine PIVX-Master-Note für 5000$ einzukaufen. Ist jetzt aber nicht die Master-Note, die hohe Erträge ausschüttet. Eher mehr eine Master-Note, die in den nächsten Jahren so richtig rentabel werden kann. Falls du schwache Nerven hast, ist PIVX definitiv nichts für dich. Man muss aber auch dazu sagen, dass dieser Coin Privacy-basiert ist und Privacy-Coins sind von Regierungen und Banken nicht wirklich positiv angesehen. Privacy-Coins sind immer im Visier der Behörden bzw. den Regierungen. Wir sind jetzt zum Beispiel anhand Monero, wir sind jetzt auch anhand anderen Privacy-Coins. Deswegen sollte man da wirklich, wirklich achtsam sein. Und PIVX ist auch ein Coin. Wurde, denke ich, auf 1, 2 Exchanges gedelistet. Naja, das sind eben zentrale Exchanges, deswegen sollte man wirklich aufmerksam sein. Also wenn du mich fragst, ich persönlich halte sehr viel von PIVX und denke, dass die Entwickler dazu in der Lage sind, PIVX langfristig erfolgreich zu machen. Ich werde das Team von PIVX kontaktieren und ein Interview vereinbaren. Also Teil 2 des Reviews wird definitiv in den nächsten Tagen folgen. Und jetzt machen wir aber weiter mit dem Krypto-Gewinnspiel. So, mein Lieben, wir machen jetzt weiter mit der Krypto-Verlosung von der letzten Episode. Ich werde mal diesen Link kopieren. Wir gehen mal auf YouTube Comment Picker. Dann füge ich das Ganze mal ein. Ich klicke mal auf Get YouTube Comments. Es sind 18 Kommentare. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Wir werden schon fast bei 3.200 Abonnenten immer schön auf den Abo-Button drücken. Ich klicke mal auf Start. Wir werden mal sehen, wo heute gewonnen hat. Mark Free, herzlichen Glückwunsch. Du hast die vorgewonnen. Happy Earnings. Mach was draus, mein Lieber. Es geht weiter mit der nächsten Verlosung. Du hast wieder die Möglichkeit, 125 Forts zu gewinnen. Nummer 1 lag dieses Video. Nummer 2 kommentiere mit. Ich möchte am 4-AirDrop teilnehmen plus deine 4-Adresse. Abonnier meinen Kanal und aktivier die Glocke. Sehr, sehr wichtig. Und jetzt komme ich zu meinen abschließenden Worten. In solchen Marktphasen denke ich, dass die Major Altcoins besser performen werden als die kleineren Altcoins. Wir haben es auch gesehen gehabt mit Senso. Senso ist halt ein Projekt, das mit Risk ist, meiner Meinung nach. Also da kann man schon wirklich sein eingesetztes Geld verlieren, weil das sind natürlich kleine Altcoins. Wenig Liquidität, wenig Marketing machen vielleicht ein bisschen etwas im Hintergrund, im Entwicklungsbereich. Aber trotzdem fehlt es halt richtig an der Struktur. Wir sehen jetzt zum Beispiel an PIVX oder an SISCoin. Das sind halt wirklich große Coins. Da stecken Institutionen dahinter. Da steckt Geld dahinter. Und ja, diese Coins haben natürlich mehr Liquidität. Deswegen setze ich beispielsweise auf Divi. Ich setze auf SISCoin. Ich setze auf PIVX. Denn ich weiß ganz genau, dass im nächsten Bullrun, wenn jetzt beispielsweise die Altcoins abheben, diese drei Kandidaten definitiv nach oben gehen werden. Ansonsten zum Bitcoin. Wir nähern uns der Massenadoption. Ich habe das schon in meinen Videos gesagt gehabt. 2023, 2024, da kommt also die richtige Massenadoption. Wir sind jetzt schon hier an Bitcoin and Submarine Sandwiches. Am Kiesnuss-Restaurant. Das ist in Denver. Das ist eines der größten Flughäfen auf dieser Welt. Und da kannst du dir mal vorstellen, was hier gerade passiert. Und das läuft alles mit der, soweit ich weiß, mit der Backed-App. Wenn man jetzt beispielsweise da im Restaurant hier diese Sandwiches einkauft mit Bitcoin, dann bekommt man 15 Dollar in Bitcoin Cashback. Also es ist halt wirklich etwas, wirklich etwas Positives. Die Bitcoin-Massenadoption geht weiter. Beziehungsweise wir sehen es auch anhand Ethereum. Die haben das jetzt auch hinbekommen mit den Gasfees. Gasfees, wir sehen es bei Bitcoin, gerade kostet mich eine Transaktion circa 50 bis 60 Cent. Also wir bewegen uns in die richtige Richtung. Das Ganze hat jede Menge Potenzial. Wir haben es auch gesehen gehabt mit dem Report von Crypto.com. Ich kann es da nochmal zeigen. Die Nutzeranzahl seit Januar 2021, da siehst du halt 106 Millionen und jetzt 221 Millionen. Und es geht weiter. Deswegen, der Cryptospace hat viel Potenzial. Bis 20, 23, 20, 24 und dann werden wir irgendwann mal Plateau erreichen, wo man sagt, okay, jetzt muss das Ganze erstmal bürsten. Also die Bubble muss erstmal platzen, damit es weiter nach oben gehen kann. Aber wie gesagt, bis dahin können wir definitiv ordentlich Geld verdienen. So, das war es aber jetzt von mir. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Lass es dir gut gehen. Da bin ich von der Network. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.